hallo und herzlich willkommen zu lands island einem neuen indie spiel ich verlinke euch natürlich die homepage des entwicklers den steam link und 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 wir wollen uns diesem spiel ein bisschen widmen lasst mich mal ganz kurz schauen ich glaube ich würde hier mit maus mehr spielen next wir nehmen ja roos island next ich sag euch gleich worum es geht maskulin next schuhe braucht kein mensch wofür brauche ich denn schuhe schwarze haare dunkles oberteil es gibt ja nur so hässliche t-shirts wo ist ein unterschied hier ach so dunkel oder hell okay dann kommen wir wohl nicht drum rum und eine helle hose dann passt start game bei diesem spiel handelt es sich um ja crafting grinding building survival wir sind auf einer insel angekommen wie man sieht und wir haben schon eine waffe machete axt und spitzhacke yo mein backpack ich kann diverse sachen aus dem backpack entsprechend hier und auf die short cuts legen das ist klar hier sehen wir was für ressourcen wir haben es gibt zum beispiel holz fiber clay diverses essens sachen blueberries die beliebten blueberries und es gibt natürlich auch building man kann ein häuslein bauen grundsätzlich ziel des spiels ist es herauszufinden warum man auf dieser insel gestrandet ist und ich würde sagen das tun wir heute mal oder gemeinsam wie man sieht hier wird auch zeug angespült in dem fall schrott teile und hier gibt es eine kaputte eine kaputte brücke die können wir reparieren theoretisch teo praktisch lasst uns mal hier ein bisschen stein mitnehmen wie ihr gerade gesehen hat immer wenn man schlägt kommt so ein heller kreis und wenn man dann zum rechten zeitpunkt drückt dann gibt es eine combo die kritischen schaden macht und das ist sowohl gut zum abbauen als auch natürlich bei gegnern das spiel ist im early access ich gab auch zum early oder zum release nicht zum early zum release zum early release auch ein video des entwicklers wo er ein bisschen gezockt hat ich kann euch das video nur empfehlen es macht spaß das anzuschauen weil man merkt die entwickler sind sehr leidenschaftlich bei dem spiel dabei und das war für mich auch grund hier einfach mal rein zu schnuppern dies wird ein angezockt also wir werden es nicht durch zocken aber wir werden es an zocken das heißt ich denke ich werde so rund zehn folgen machen es kann sein dass sich zwischen den folgen extrem viel grinde um bestimmte themen einfach freizuschalten um sie euch zu zeigen aber ihr solltet ihr auch was davon haben und hier wird nochmal erklärt schlagen kreis blitzt aufklicken kritischer schaden wo ok ihr solltet ihr auch davon was haben dass ihr überlegen können ob das spiel was für euch ist der key für diesen spiel für dieses spiel wurde mir nicht zur verfügung gestellt also ist alles in eigenregie sozusagen aber mein kanal hat sich ja auch in die spiele spezialisiert und blueberries und das ist auch der grund warum ich euch die nicht vorenthalten möchte und bei dem spiel habe ich das gefühl es ist ein gutes es wird sicherlich noch ein bisschen entwicklungszeit benötigen aber wir schauen mal was es schon kann ich nehme ein bisschen zeug mit von allem etwas und wir suchen uns dann einfach einen schönen bauplatz aus hätte ich gesagt wo wir ein bisschen was bauen hütte klimbim werkbank wie bei wahlheim auch und wahlheim hat ja auch mittlerweile sein ende gefunden die zweite staffel die turnen zylinder läuft noch klar die turnen zylinder ist mega deswegen läuft auch noch und am dem kommenden wochenende also wenn ihr die folge seht wird schon samstag sein ab samstag gibt es auch ikarus und ikarus auf jeden fall pflicht deswegen wird das auch fester bestandteil meines programms werden und ja ich hoffe es gefällt euch aber jetzt sind wir erstmal bei lands island blueberries und ende blueberries wie ihr unten seht dienen dazu die lebensenergie raufzusetzen was haben wir hier rosen hey wolle rosen kaufe hey nur fünf euro ein stück ganz billig ok steine haben wir genug lass uns mal gucken oh ne kischt oder ne tonne besser gesagt haffaut die kischt ich glaube das hier brauchen wir auch das ist soll was ist das eigentlich ich glaube clay oder sandstein wobei sandstein hätte ich eigentlich nicht im wasser vermutet und nicht in grün sondern eher in rot oder orange so was ist das ich glaube das ist sandstein ja da nehmen wir auch noch ein bisschen mit komm erste folge darf man auch ein bisschen grinden ich habe das spiel natürlich schon ein bisschen angezockt klar das nur so am rande ich weiß schon worum es geht ok so zack zapp zapp haben wir das ja auf die tonne stellen ist nichts das gönne ich mir noch ich mag auch die grafik sie ist einfach aber schön also einfach schön ok clay haben wir mal man kann rollen man kann springen oh was ist das hier lass uns mal gucken was hier was ist also holz 63 fibers haben wir auch ein bisschen was ist das clay ok und dann haben wir hier ah limestone ok ja gut dann erklärt sich alles ähm was uns eigentlich fehlt fehlt ist clay lass uns mal noch ein bisschen clay holen nee nicht den busch clay danke danke lieber fjell oh hier gibt es aber viel clay geil ein nehmen wir noch oder ein nehmen wir noch komm ok haben wir das jetzt schauen wir mal wo wollen wir denn bauen ich würde sagen wir schauen uns erst mal ein bisschen um ich weiß gar nicht was uns genau doch ein bisschen weiß ich schon was uns erwartet aber trotzdem würde ich mich ein bisschen umschauen mit euch damit ihr ein gefühl davon bekommt ähm ja was hier so los ist hier gibt es nochmal clay da unten gibt es sandstein ok lassen wir jetzt alles mal ich mag auch die musik die ist sehr entspannt auch hier wieder sommerliches feeling sehr geil mag das ich brauch das im winter irgendwie oh was haben wir da blueberries geil sämtliche ressourcen spawnen nach also keine angst die abzuernten die wachsen alle nach mit der zeit schade also nicht alles mitzunehmen das kommt meinem loot monck sehr zugute ok wollte ich eigentlich schon so weit weil ich hatte mir eigentlich schon bauplatz ausgesucht ah ja 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 warte warte ja das erkläre ich später und es gibt auch dungeons wie die hier und ich würde gerne in der nähe eines dungeons bauen da müssen wir nicht so weit rennen und dafür habe ich mir eigentlich einen ganz tollen bauplatz ausgesucht lass uns mal gucken der war doch irgendwo ich glaube hier noch ein tick weiter ja hier war der hier hier würde ich gern bauen so lass uns mal den scheiß hier weg machen zack 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 ah sehr gut vielleicht den baum noch es erinnert mich ganz leicht an force of nature nur mit dem unterschied hier gibt es keine ausdauer und ehrlich gesagt ich finde es mega geil ich habe das bei force of nature echt gehasst muss ich leider sagen immer dieser ausdauermangel das war zk also zum kotzen was fehlt uns denn hier da fehlt uns holz das soll nicht das problem sein das war echt mega nervig bei force of nature und das gibt es hier leider nicht oder zum glück das kann jetzt jeder beurteilen wie er mag ich finde es geil so dann kriegen wir doch ordentlich zeug zusammen oh was ist denn das hier eine fischerhütte oder was oh ja eine fischerhütte oh die wurde vor vielen jahren verlassen das ist schade kann ich die wieder aufbauen ich will sie da wieder aufbauen mann die ist doch echt schick ach wisst ihr was ich mach mal ne eigene so okay blueberries hammer ich bin gerade am belegen nehmen wir noch einen baum mit komm wir machen hier mal ein bisschen frei flösche ja doch das spiel gefällt mir gut es gibt ein paar sachen die würde ich gerne schon erzählen aber das tue ich nicht damit würde ich euch quasi spoilern nein 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 das wird es nicht geben ihr sollt das von anfang an erleben so wie ich auch aber es gibt ein paar echt coole features die haben echt spaß gemacht oder machen spaß ich habe noch ein zweites spiel angefangen oder ein zweites spiel generell angefangen und oder im ersten spiel eigentlich und das war so gut ich glaub das gar nicht so das soll mal die grundfläche werden ähm ne tür die können wir mal da hinsetzen fenster da und da ach will ich aufs wasser rausgucken da fehlt uns glas das haben wir nicht nö wir wollen nicht rausgucken wird völlig überbewertet oder äh können wir da nicht rein hallo wieso nicht raus können wir nur rein nicht das heißt wir brauchen ah wir brauchen eine treppe ok hier treppe ja viel besser ich mag das dass das so halb im wasser ist ich finde das irgendwie ganz schön dann nehmen wir das hier auch noch mit komm wenn's hier schon rumsteht und zeug brauchen wir eh ich denke ein bisschen holz werden wir uns noch holen ich werde immer nur die sachen grinden die wir gerade brauchen dadurch dadurch ist spiel ablauf und grinding ein bisschen gemixt hey wolle rose kaufen das nehmen wir mit was das hier krisam thema oder so gedöhnt schauen wir mal ich konnte es jetzt nicht erkennen lass uns mal kurz gucken äh das waren die hier ne marigold ich nehme alles zurück ich mag die sound zu dem spiel die sind echt geil ich rolle hier mal gerade ein bisschen rum um zu gucken was es hier so gibt was haben wir da glas ok oh da gibt es noch mal glas ja mega als erstes wäre es natürlich geil wenn wir mal die wände zu kriegen es ist schon irgendwie nacht und wir haben nicht mal ein lagerfeuer oh je ich gehe mal ein stück gleich da ran danke ich mag auch die die geräusche nachts die sind ja echt cool mit den tieren hast du schon geil gemacht so da sind wir auch wieder wir brauchen noch wände was gibt es denn noch so ein bett wäre auch geil können wir uns ein bett schon machen aber auf jeden wo ist denn das kopfkissen auf der seite ich schlafe eigentlich gern immer so rum zu fahr nein sleep ah guck mal so können wir den tag die nacht überspringen auch geil komm ich will aber hier können wir jetzt ein fenster machen oh ja super dafür fehlt uns was holz ja das soll nicht das wohl gibt ja hier ein paar bäume lalalala oh ist das schön oder hallo baum tschüss baum der bringt 14 das ist ja nicht so geil mal gucken was die dicken bringen ich hoffe mehr was bienen ala was was ist mit euch nicht in ordnung ich habe gar keinen bock auf bienen hallo ok gut zu wissen einige bäume haben bienen ich glaube eher die dicken oder die dünnen wahrscheinlich er nennt vermutet ok bisschen holz haben wir ich denke das sollte eigentlich reichen zumindest für die wände naja es ist es zum mäuse merken oder steht hier schon der wand ah ja da ist schon der wand ok ja doch nicht zum mäuse melken ich würde gerne eine ecke setzen da 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 und da nein da da fehlt uns da fehlt uns den holen wir fix den wird es hier irgendwo geben ich bin mir sicher stein können wir auch noch mitnehmen kommen wenn wir schon mal hier sind die erste folge grind mehr mal alles zusammen was wir brauchen also nicht wo ja hier sehr gut haben wir das gibt es noch mehr von dem zeug kommt schon bisschen was könnte man noch brauchen oder so eine handvoll hätte ich gesagt ja komm mal manchmal muss man einfach glück haben wunderbar das kann man nicht mitnehmen aber da unten gibt es noch stein den würde ich auch noch schnell abbauen und ich würde sagen wir machen das so ich will die folgen auch ein bisschen kürzer halten ich würde die butze mal soweit fertig bauen und ein bisschen was vor grinden dass wir schon mal ein bisschen was im gepäck haben und dann sehen wir uns gleich in der nächsten folge wieder wenn wir ja vielleicht eine werkbank bauen oder was auch immer uns geboten wird ich freue mich auf euch und ich freue mich auf spiel und ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen und wünsche euch eine tolle zeit bleibt mir natürlich weiterhin alle gesund bitte und dann bis gleich ciao auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020